Hallo, die Loki-Schmidt-Stiftung gehörte zur Blume des Jahres 2022. Die Einbäre, eine Entscheidung, die sich mir nicht wirklich erschließt. Ich hadere so ein bisschen mit dieser Entscheidung. Wieso, erfahrt ihr nach dem Intro. Floll Die Einbäre heißt botanisch Paris Quadrifolia und ist eine wilde Staude. Genau genommen ist es ein Geophyt, ähnlich wie das Buschwindröschen oder auch so Maiklöckchen zum Beispiel. Es ist heimisch bei uns, man kann es draußen finden. Ihr findet so die Einbäre in Buchen bzw. Eichenwäldern auf humosen, nährstoffreichen und feuchten Boden. Die Pflanze ist aber gefährdet. Die Einbäre ist auf den roten Listen der gefährdeten Pflanzen von sechs Bundesländern aufgenommen. Also solltet ihr draußen definitiv keine Einbäre sammeln, weil die Pflanze, wenn die sich irgendwo angesiedelt hat, in einem Waldstück, dann verbreitet sie sich dort sehr, sehr langsam. Und es dauert, bis sie neue Gebiete sich erschließt und deswegen ist sie halt auch relativ gefährdet. Die Einbäre gilt als Giftpflanze. Sie ist giftig in ihren gesamten Pflanzenteilen, aber besonders in der Beere. Die Beere wirkt attraktiv, ist geschmackslos, recht fad, aber recht giftig. Die Giftstoffe sind dabei Paridin, Paristiphinin und Penogenin. Diese Stoffe beeinträchtigen euch durchaus. Diese Stoffe verursachen Brechreiz, Übelkeit, Magenkrämpfe, Schwindel, Kopfschmerzen und insgesamt Übelkeit. Und gerade bei kleinen Kindern, die ja nicht so viel Körpermasse haben, kann halt so der Genuss von Einbären schon kritisch sein. Und ihr solltet darauf achten, wenn ihr jetzt rausgeht in den Wald, in einen Buchen- bzw. Eichenwald, da halt eure Kinder beobachten. Nicht, dass sie diese attraktiven Einbären essen, ähneln, wie hier im Bild zu sehen sind. Ja, so ansatzweise eine Heilbäre, aber da ist das ganze Laub anders halt. Ich finde die Einbäre als Pflanze nicht wirklich schön. Sie treibt halt aus diesem Rizom aus, hat dann an den einen Stängel einen Laubblattquirl und oben eine Apikalknospe, eine relativ unspektakuläre Blüte und dann halt eine Beere pro Pflanzentrieb in sozusagen. Insgesamt halt nichts wirklich Spektakuläres. Zieht dann auch im Herbst unspektakulär ein. Blüte unspektakulär, Frucht auch unspektakulär, als Blume, als Blume gerade jetzt so erwarte ich halt mehr. Ich meine, wenn man sich Blumen vorstellt, dann denkt man Rosen, denkt man Schleiergrau, denkt man Tulpen, denkt man an, was es halt jetzt im Supermarkt auch gibt, aber nicht wirklich an eine Einbäre, die ja zum Malen nicht mal in einem Blumenstrauß oder in einem Dekor was beitragen kann. Vielleicht ist Grüne noch, aber ansonsten halt, weiß ich nicht, Digga. Die Loki-Schmidt-Stiftung verteidigt die Einbäre als Blume des Jahres 2022, indem sie halt sagen, dass sie auf den Schutz und auf die Schutzwertigkeit naturnah, wilder und natürlicher alter Wälder hinweisen wollen. Nur in solchen Wäldern, die halt noch relativ natürlich sind, die halt sich entwickeln, wo halt auch Gestrüpp ist, wo Unterholz ist, da findet man halt auch die Einbäre. Und insgesamt möchten sie halt darauf einwirken und aufmerksam machen, diese Wälder zu schützen, denn es sind ganz, ganz, das muss man sagen, das muss ich auch ehrlich zugeben, ganz, ganz ökologisch wertvolle Wälder, die eine ganz, ganz hohe Biodiversität haben, die wunderbar sind, die auch so zum Anschauen als Gartenbaumann auch sehr, sehr attraktiv sind, wo man sehr viele Sachen findet, Wildkräuter, Stauden, manches Getier, manche Insekten, manche Vögel, die man halt sonst nicht mehr sieht. Und ja, optisch kann ich nicht damit übereinstimmen, dass es die Blume des Jahres sein soll. Rein vom ökologischen Aspekt, ja, hat sie es verdient. Und das war mein Video zur Einbäre, die Blume des Jahres 2022. Habt ihr eine Meinung dazu zur Einbäre? Schreibt sie in die Kommentare, würde mich freuen. Ansonsten, liked das Video, abonniert den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns am Sonntag, jetzt hat es mir mein Skript runtergehauen, zur Orchidee des Jahres. Würde auch jetzt passen, Blume, Orchidee. Seid gespannt, was es ist. Wir sehen uns, haut rein. Tschüssi! WDR mediagroup GmbH